So, herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Futures auf dem Weg nach oben, nachdem es ja am Freitag nach unten gegangen war, verkürzte Handelswoche in den USA und insgesamt, ja, so ein positiver Grundton. Und wir kommen gleich mal nach Frankfurt zu meiner Kollegin, zu meiner Kollegin, ja, jetzt habt ihr mich rausgebracht. Viola Grebel, herzlichen Dank, Rissi. Ja, Gottes Willen, ein kurzer Zucker in der Technik, ich vergesse alles. Also erstmal Entschuldigung dafür, aber auf der anderen Seite, wir haben gerade den DAX, der sich auf dem Weg wieder nach unten bewegt. Heute ein etwas volatiler Handelsverlauf, den wir sehen. Und eine Wirecard aus Rand und Band, will ich nicht sagen. Sie ist ordentlich gestiegen, aber auf dem Niveau natürlich jetzt keine große Überraschung. Ja, genau so, wie du das sagst. Wir sind beim DAX so ein bisschen am Hin- und Herzucken. Letztlich sehen wir da jetzt an einem Handelstag, zumindest bis jetzt, eine ähnliche Reaktion wie zuletzt generell über Wochen verteilt. Also aktuell ein kleines Plus, 0,3 Prozent, 12.130 Punkte. Nämlich dieses Hin- und Hergerissensein, was eben nach oben, nach unten ausschlägt. Zwischen die Corona-Ängste sind ja zuletzt zurückgekommen, hatten ja unter anderem eben auch in den USA für schlechtere Stimmung gesorgt. Denn, dass wieder Lockdowns, wenn auch regional nötig scheinen, das ist natürlich keine gute Nachricht für die Wirtschaft, die ja eigentlich hofft, sich bald erholen zu können. Und das ist dann das andere Teilchen in dem Hin- und Hergerissensein, nämlich eigentlich sind die jüngsten Konjunkturdaten ja gar nicht so schlecht gewesen. Und da könnte man dann ja hoffen, dass es eben doch zu einer baldigen Wirtschaftserholung kommt. Also das ist so ein Hin- und Hergetendel, was wir beim DAX eben heute ein weiteres Mal sehen. Und generell muss man sagen, gut, von unseren Märztiefs haben wir uns soweit erholt. Die Erholungsrallye ist zuletzt zwar immer wieder ins Stocken geraten, aber der eine oder andere kriegt dann vielleicht doch mal kalte Füße. Was Wirecard angeht, das ist dann wirklich so ein Spielball oder so Zockerpapier, kann man eigentlich so sagen. Weil wenn man innerhalb von sieben Handelstagen um die 99 Prozent an Wert verliert, dann ist natürlich nicht mehr so viel da. Da ist dann natürlich schon sehr kleine Ausschläge, sehen dann natürlich erstmal sehr, sehr groß aus, prozentual gesehen. Aber das Spannende ist, dass jetzt auch die deutsche Börse ihr Regelwerk überarbeiten möchte, nach der doch sehr vehementen Kritik, die es jetzt eben auch gab. Also weil ja auch die Frage war, droht der DAX-Rauswurf? Regulär überprüft sie ja erst wieder im September. Aber wie gesagt, man will jetzt hier überprüfen. Also Thema Wirecard schlägt auf jeden Fall nochmal ordentlich große Wellen. Und was das Thema insgesamt deutscher Handel betrifft, da zeigen sich die Anleger momentan situationselastisch. Herr Kürtel-Patient, dir schönen Dank nach Frankfurt und wir schauen uns jetzt mal das an, was wir in den USA sehen. Auch hier eine gewisse, tja, lässt er fair will ich es nicht nennen, das würde nicht stimmen. Man schaut sich das Ganze an und sagt, okay, es gab jetzt nicht viele neue negative Nachrichten, also können wir eigentlich mal wieder auf der Long-Seite, können wir es mal wieder auf der Long-Seite probieren. Dann, wie gesagt, verkürzter Handel und die Verluste vom Freitag, da bieten sich dann vielleicht auf der einen oder anderen Seite noch kleinere Einstiege an, damit man hier vielleicht noch seine Chance nutzt. Insgesamt sieht es jetzt gerade zumindest nach einem ganz vernünftigen Handelsauftakt in den USA aus. Für Facebook, das müssen wir abwarten, die war vorhin schon wieder etwas kräftiger im Minus. Ich hatte sie heute Morgen schon mit dabei, der Boykott-Aufruf gegen das soziale Netzwerk, weil nach Meinung der Aktivisten einfach nicht genügend getan wird von Seiten Facebooks gegen Hate Speech, aber auch gegen Diskriminierung, gegen Mobbing und so weiter und so fort. Da ist das Unternehmen einfach nicht konsequent genug und dem Aufruf haben sich jetzt sehr viele, ich denke es sind mittlerweile um die 80 Unternehmen, angeschlossen, die gesagt haben, zwischen ein und drei Monaten, teilweise sogar bis in den Herbst hinein, soll jetzt erstmal kein Geld oder weniger Geld auf die Plattform fließen. Ich glaube, es wird einen temporären Effekt haben. Es gibt auch genügend Analysten, die sagen, das sollte man ernst nehmen. Ganz klar, was sollten die noch sagen? Aber man sollte es wirklich ernst nehmen bei Facebook. Nicht, dass etwas daraus wird, was schwierig zu kontrollieren sein wird oder überhaupt nicht mehr zu kontrollieren ist. Also ich glaube auch nicht, dass man das bei Facebook da wirklich riskiert. Man wird auf die eine oder andere Weise reagieren und dann wird sie das Ganze auch mittelfristig, das ist meine persönliche Meinung, wieder relativ schnell erledigt haben. Jetzt vielleicht nochmal unter Druck, die Aktie kommt man günstiger rein. Vom Prinzip her und vom Geschäftsmodell her hat sich ja nichts geändert. Es ist eine einzige Geldmaschine. Die könnten es noch werden, je nachdem. Sie haben heute das Pricing für Remdesivir bekannt gegeben. Es soll zwischen 390 und 520 Dollar je Dosis kosten. Das bedeutet, dass, wenn man das jetzt über die Behandlungszeit sieht, wird eine Behandlung mit dem Medikament etwa 2.500 bis 3.500 Dollar kosten. Nach Aussagen des Unternehmens eine Preisspanne, in der jeder, der Hilfe benötigt, auch diese Hilfe bekommen kann und es wird eben nicht am Preis dann am Ende liegen. Was die Börse daraus macht, wie sie das Ganze einschätzen, wird hinsichtlich der finanziellen Entwicklung, der wirtschaftlichen Entwicklung von Gilliat, da müssen wir ganz einfach noch abwarten. Zuletzt jedenfalls hatte man natürlich durchaus Befürchtungen, dass man zwar in dem Unternehmen einen interessanten Wirkstoff hat, aber eben keine große Möglichkeit, hier Kapital draus zu schlagen, weil natürlich auch der öffentliche Druck sehr groß ist auf dem Unternehmen. Aber der Chef des Unternehmens hatte ja vor einigen Monaten gesagt, oder vor einigen Wochen gesagt, ja, man muss das austarieren, man muss das ausbalancieren zwischen dem, was die Öffentlichkeit von uns als Biotech-Unternehmen und Medikamentenentwickler erwartet, aber auf der anderen Seite natürlich auch die berechtigten Ansprüche der Aktionäre, die sagen, das ist ein Risiko, die Entwicklung ist ein Risiko und es muss natürlich irgendwo dann auch bezahlt werden und sich für uns letztendlich bezahlt machen. Biontech, die haben jetzt einen weiteren Investor bekommen, eine Investorengruppe um Themasec. Insgesamt fließen dem Unternehmen dadurch 250 Millionen Dollar zu und im Juli soll es ja jetzt endlich Daten geben. Also die Aktie hier schon so ein wenig im Vorgriff zuletzt ein bisschen gestiegen und wenn wir über diese 60er, was werden das sein, 63, 64 Dollar, wenn wir da etwas deutlicher drüber kommen, hätten wir ein schönes kleines technisches Kaufsignal, das tatsächlich bis in diese Spitze reinreichen könnte, je nachdem, was denn dann an Daten aus der Erprobung, Erforschung letztendlich gemeldet werden wird. Auf jeden Fall eine der Aktien, die Sie jetzt im Auge behalten sollten. Netflix auf Rekordhoch, Bewertung habe ich mir mal kurz angeschaut. Die Produktion stand ja und wenn überhaupt ist sie marginal wieder angelaufen. Der Konzern mittlerweile auf dem aktuellen Kursniveau etwa mit 200 Milliarden Dollar bewertet. Dafür kriegen die Anleger 25 Milliarden Dollar Umsatz, wenn es denn irgendwie im laufenden Jahr so funktionieren sollte, wie man sich das Ganze vorgestellt hatte, aber das Wachstum ist natürlich begrenzt. Wenn ich mir den Kursverlauf anschaue, wenn ich mir jetzt anschaue, aha, da haben wir wieder 50 Prozent nach oben gemacht, Umsatzwachstum um die 20 Prozent. Natürlich sind viele neue Abonnenten dazugekommen, viel, viel mehr als man zuletzt erwarten konnte. Das hat einen richtigen Schub im ersten Quartal gegeben, aber man darf auch nicht vergessen, viele Menschen sind in der Arbeitslosigkeit abgeglitten, die werden sich demnächst überlegen müssen, wollen sie lieber streamen, binge-watchen oder wollen sie lieber irgendwas zu essen im Kühlschrank haben. Ich könnte mir vorstellen, wie da unter Umständen und im Zweifel die Entscheidung aussehen wird. Jetzt haben wir uns das Ganze nochmal genauer angeschaut, haben gesagt, naja, wie sieht es denn eigentlich mit der Verschuldung des Unternehmens aus. Momentan knapp unter 10 Milliarden Dollar Netto-Schulden, ist ganz klar, die dürften dieses Jahr sinken, allein schon deshalb, weil natürlich weniger Produktionen laufen, das heißt weniger Ausgaben auf der Konzernseite. Zukünftig wird der Druck für Netflix natürlich anhalten, sie müssen massiv investieren, sie müssen massiv Kapital dafür auch aufnehmen am Anleihenmarkt, um letztendlich dann auch diese Gier und den Hunger der Kunden befriedigen zu können, nach immer neuen Serien, es muss ja immer noch spektakulärer werden und damit natürlich tendenziell auch aufwendiger. Ich bin ein Kunde des Unternehmens, ich bin auch wirklich zufrieden damit, aber was die Aktie betrifft, kennen Sie meine Einstellung, da bin ich zumindest mal kritisch eingestellt. Nikola Motor, da können Sie ab heute den Nikola Batcher vorbestellen. Der Batcher sieht aus wie ein F-150 von Ford, in groß und modern, die sehen für mich eh alle gleich aus, die Pickups, aber lange Rede, kurzer Sinn, Sie können das jetzt vorbestellen, ich glaube, man muss 5.000 Dollar hinterlegen und dann kann man tatsächlich ab 2022 soll die Produktion beginnen, vielleicht auch früher. Die Leistungsdaten dieses SUVs oder dieses Pickups, die sind natürlich enorm. 900 PS bekommt man dafür, das Ganze soll zwischen 60.000 und 90.000 Dollar kosten. Also gut, ich nehme an, für die 900 PS dann eher die 90.000 Dollar und das Ding beschleunigt schneller als mein Motorrad, das übrigens nicht schwach auf der Brust ist. Aber diese 2,7 Sekunden oder 2,8 Sekunden, die aufgerufen werden, die kann ich beim besten Willen nicht halten. Momentan sehr viel Vorschusslorbeeren noch, das kennen wir von Tesla, die sind auch irgendwann in dieser Phase gewesen, wo man dann das Model 3 vorbestellen konnte und dann je nachdem, wie sich das Ganze dann ausspielt, dürfte die Aktie noch kräftiger steigen. Auf jeden Fall sicherlich einer der Momentum-Stocks momentan. Bei NIO gilt mehr oder weniger dasselbe, chinesische E-Autobauer hatten, das kann man hier relativ gut am Chart nachvollziehen, immer mal wieder Probleme. Weil der Aufbau einer Produktion für Elektroautos ist nicht so einfach, wie man sich das Ganze vorstellt und ist natürlich sehr kostenintensiv. Und immer dann, wenn es hieß, naja, entweder die Subventionen werden in China gekürzt, das ist ja im vergangenen Jahr durchaus das eine oder andere Mal passiert, oder aber, ja, das Geld droht auszugehen, weil die Cashburn-Rate einfach bei NIO so hoch war, dann ist die Aktie ordentlich gefallen. Aber es gibt durchaus Anker-Investoren, die dem Unternehmen einiges zutrauen. Jetzt überraschend positive Verkaufszahlen in den letzten Monaten dabei gewesen. Sie sind mit dem ES6 und ES8 am Start. Das sind so zwei Elektro-SUVs im oberen Preissegment. Und gerade der ES6, der hat sich jetzt wirklich zum Verkaufsschlager in Anführungsstrichen entwickelt. Es wurden mehr als 3.000 Stück im letzten Quartal verkauft. Und das ist natürlich genau das, was die Anleger jetzt hören wollen. Deshalb durchaus eine Bewegung, die durchaus der von Tesla auch ähnelt. So, was ist das Graf Industrial? Kennen Sie vermutlich nicht, müssen Sie auch nicht. Ist nämlich ein SPEC, also ein SPAC. SC, dahinter verwirkt sich nichts anderes als Special Purpose Acquisition Company. Ich glaube, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Das ist nur ein Vehikel, also ein Mantel, wenn Sie so wollen, in den was anderes reingestopft wird, damit man dieses ganze Prozedere des Börsengangs ein bisschen beschleunigen kann. Und der Grund, weshalb die Aktie am vergangenen Freitag so gestiegen ist und weshalb ich sie überhaupt mit dabei habe, ist ganz einfach. Es gibt Gerüchte, dass angeblich Baidu einen Teil seiner Beteiligung an Velodyne da einbringen will. Velodyne ist spezialisiert auf Abstandslaser, wie man sie bei selbstfahrenden Autos benötigt, also Leadersysteme. Und dieses Velodyne, das soll da eingebracht werden und dann würde natürlich, ja, würde es zu einem Börsengang kommen. Und ich glaube, Ford war ebenfalls noch ein früher Kapitalgeber von Velodyne, Baidu auch, jeweils um die 150 Millionen. Zuletzt die Bewertung von Velodyne, anderthalb Milliarden und die von Graf Industrial, 450 Millionen. Und das ist der Grund, weshalb die jetzt so, hier, volle Rakete nach oben gegangen sind. So ein Spiel kann man spielen, überhaupt gar keine Frage. Man muss sich aber bewusst sein, der Deal ist noch nicht in trockenen Tüchern. Also es kann auch noch am Ende, kann das dann scheitern, wie jeder normale andere Deal auch. Und dann sagen alle Beteiligten, ja, wir hatten es probiert, aber hat halt am Ende keinen guten Ausgang genommen. Und dann würde natürlich der Kurs auch wieder deutlich zurückkommen. Aber es könnten Sie auf jeden Fall sich mal auf Wiedervorlage packen, Graf Industrials, falls es da tatsächlich zu einer Platzierung kommen sollte. Baidu, die sollten natürlich davon tendenziell profitieren können. Das ist klar, wenn ein Teil des Unternehmens, eine Tochtergesellschaft an die Börse gebracht wird, dann ist der Wert plötzlich sichtbar. Das Ganze kann man dann viel besser bewerten. Und dann dürfte die Baidu-Aktie hier auch eher weiterlaufen. Draft Kings. Ich glaube, das war auch letztendlich ein Börsengang durch so eine SPAC, also durch so einen Aktienmantel. Und hier geht es um Sportwetten. Und es ist ganz interessant. Die Aktie hat sich in den vergangenen Monaten massiv, Sie sehen es, bis auf 33 Dollar rund im Wert verdreifacht. Das Interessante jetzt, dass Analysten rausgekommen sind, gesagt haben, die Globalisierung kombiniert mit Sportwetten, kombiniert mit vielen Events, die im richtigen Leben nicht mehr stattfinden, ist eigentlich genau der richtige Nährboden, damit Unternehmen wie Draft Kings zum Marktführer aufsteigen und dann richtig, richtig Geld verdienen. Und die haben gesagt, wir sind bei 33 angekommen und wir glauben, dass die Aktie nochmal Potenzial 200, 250 Prozent hat, bis knapp über die 100 Dollar Marke. Also, das könnte heute auch einer der Momentum-Players werden. Letztendlich muss man im Auge behalten. So, und wir müssen jetzt dann erstmal schauen, wo unsere Technik denn ihre ganzen Einzelwerte gelassen hat, die jetzt nicht mehr mit eingeblendet werden. Aber da kümmere ich mich drum, wenn die Sendung vorbei ist. Also, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Hoffen wir mal, dass die gute Laune heute irgendwie bis zur Zielglocke am Ende durchhält. Wir sehen uns morgen früh mit dem Märkten. Morgen wieder bis dahin. Gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.